hallo mein name ist gabor bokschoi und ich möchte euch in dieser neuen april ausgabe vom movie beta eine heiße neue rubrik vorstellen die heißt live und befindet sich auf sechs sage und schreibe sechs ganzen seiten zwischen 18 und 21 und befasst sich mit live gigs im raum aachen und umgebung im gegensatz zu den bisherigen so genannten beta blöken ist sind diese seiten redaktionell frei und hochwertig geschrieben von journalisten von journalisten wie alex muja bad oder sun auch ich werde demnächst insofern ist meine zeit erlaubt beiträge für den live check schreiben und wünsche euch erst mal bis dahin viel spaß beim lesen und viel spaß mit movie beta